ja halli hallo ihr lieben wir sind bei world of warcraft wrath of the lichtking classic in der version 3.4.0 und sind beim questen in der borealischen tundra wir befinden uns hier ganz hier und sind bei könig mogel mogel mit der quest mein putzmolok erpresst mich könig mogel mogel möchte dass ihr mit mogel mogel spricht er befindet sich im nordwestlichen teil der zuflucht der winterflossen 2400 erfahrung na dann gucken wir mal wo er ist da hinten scheint er zu sein so mogel 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 mein putzmolok erpresst mich und damit haben wir die quest auch schon abgeschlossen das ging schnell und damit würde ich sagen vielen dank fürs zu sehen und bis zum nächsten mal